willkommen zurück zu pokémon schild letzten folge haben wir eine ganze folge lang gehabt mit dem papella arena letter fight weil ich mal einen kampf ohne intellion haben wollte und es ist hölle schief gegangen wer das nicht gesehen hat er sollte auf jeden fall noch mal zurück zu einer folge auch wenn es eine ganze folge war es ist empfehlenswert wie ich da ausgerastet bin aber jetzt geht es weiter in class city ist es immer so schrecklich staubig das hält doch kein mensch aus aber genug einigen wenigen pokémon mag das ja gefallen also sei es drum so dass ich bitte bitte meine pokémon heilen und intellion wieder ins team nehmen so ich werde dann fürs erste pony raus tun johnny unser pony einfach damit enthalten im team habe aber ich überlege mir noch pony ins team zu nehmen ich weiß noch nicht wenn ich raus tun sollte wenn ich das wirklich tue aber eigentlich will ich unbedingt team haben sonst muss es mir im endeffekt für schwerdorf aufbewahren obwohl ich es eigentlich nicht will aber man muss halt opfer bringen manchmal so wo ist sie reingegangen ich glaube jetzt hier ne hier in der mitte oder oh betes was macht betes hier hast du deine lektion gelernt bist du hier um zu gassen freut dich mein verfreut dich an meinen anblick jetzt wo ich kein challenger bin hast du wirklich nichts besseres zu tun vielleicht hast du sogar damit recht seit ich disqualifiziert wurde hast du schließlich deinen gefährlichsten gegner vom hals aber denkt ja nicht dass ich aufgegeben habe ich muss einfach champ werden für den ligapräsidenten deshalb werde ich ihn darum bitten mich wieder in der arena-challenge teilnehmen zu lassen oha wen haben wir denn da das ist ja mal ein strahlendes pink der junge nimmt kein blatt vor den mund und ein bisschen verschroben ist er auch das zeug von charakter so mag ich das willkommen zu meiner arena mission wie bitte pink pink von kopf bis fuß pink herzlichen glückwunsch jüngchen sie sind auch bei peller nicht wahr was in aller welt sollte das eben Olivia hat dich schamlos ausgenutzt und ich wunsch dir dafür sie sammeln lassen richtig und jetzt wo sie dich nicht mehr braucht hat sie dich einfach deinem schicksal überlassen ich weiß wie du dich fühlst die verzweiflung steht dir ins gesicht geschrieben ich kann dir vielleicht aus dieser misere helfen du musst nur mit mir kaum bereit sein einsatz zu zeigen lol pedo kannst du das jungchen aber ich das kann ist das ihr ernst stellen sie einfach mein können in frage natürlich kann ich das ich werde ihnen zeigen was für mich steckt sie werden schon sehen und dann bringe ich sie dazu mir alles zu verraten was sie über die wunschende wissen wir verabschieden uns für das erste kindchen du solltest dich als nächstes auf route 7 begeben und nach zur chester weiter reisen ok das hier ist alles alles nachgesprochen denn meine audiospur ist weg und da also nicht wundern falls mein mikro jetzt für ein paar minuten anders ist und was sehen wir da wenn es gelandet ist sonja hallo na wie geht es voran mit den eigenen ohren ich habe die antike städte von passbaguettes von oben bis unten untersucht aber ich weiß noch immer nicht welche beiden pokémon hinter dem schwert und dem schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten so vieles ist noch unklar vielleicht hilft es wenn ich mir nochmal die wandteppiche in der schatzkammer ansehe kaboom nie schon wieder was zum alles in der welt war das das laute geräusch eben kam aus dem klar stadion unter dem stadion befindet sich das energiewerk des ligapräsidenten eine energiequelle hier was zum äh schlägt ein detektor aus ja genau das sollte eigentlich nur an orten geschehen wo es möglich erst pokémon zu deiner maximieren sonja micke habt ihr diesen knall eben auch gehört rose führt wahrscheinlich wieder irgendwelche experimente durch das gefällt mir gar nicht wenn wir nichts unternehmen könnte sich mitten in class city ein pokémon dahinter maximieren im ernst das sollte ich besser rose mitteilen gute idee und ich komme mit sonst verläuft du dich nur wieder schon war ich kann es kaum abwarten dich beim turnier nach der arena challenge anzufeuern überlass das hier uns erwachsenen und mach dich auf den weg nach zur chester damit du dir die nächsten ohren schnappen kannst ok oh nein hey michael ja hi hopf schön dich wieder zu sehen ist lange her und so und wahrscheinlich wieder kämpfen hab ich recht dieser wald und papellers fragen waren zu viel für mich ich bin immer noch total durcheinander aber zum glück habe ich dich endlich wieder eingeholt komm lass uns auf rote sieben gegen einländer kämpfen vielleicht hilft mir das auf die ich bringe da war gerade ein kleiner fehler sorry da an der stelle falls manchmal ein paar lags kommen ich weiß nicht was da in dem moment mit meinem oberst los war ich weiß nicht wieso aber beim camping schmeckt mir curry einfach besser als zu hause und hier ist ein pokémon center wie cool gibt es insgesamt drei wenn ich der arbeit durch den zug schlendere schaue ich mir gerne die leute an ich überlege dann immer wie viel sie wohl als pokémon trainer auf den kasten haben ja ich gehe jeden tag zum friseur ich kann das einfach nicht ertragen wenn meine haare durcheinander geraten der tempel ist so stark dass ich es schon nicht mehr feierlich da bräuchte jeder normalsterbliche doch mindestens zehn pokémon um gegen den überhaupt eine chance zu haben ok wie sie meint so wir haben erstmal unsere pokémon top 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 da sind sie alle drin dankeschön schwester joy und dann speichern wir anscheinend nochmal ab ich weiß nicht was ich da gesagt habe deshalb kommentiere ich irgendwas lustiges damit das nicht so seltsam wirkt die stelle woher ich nicht gemerkt habe dass mein recourse war so aber jetzt auf route 7 und ich guck mal auf lokate wo lange es geht denn wir wollen ja da geht es noch spike fort anscheinend ist spike fort irgendein ort wo wir wieder lang müssen wenn wir sie dann müssen erstmal nach route 8 dann zur stadt und wahrscheinlich müssen wir dann wieder 9 und dann nach spike fort damit wir zurückgekommen es gab es ja vorher ja auch schon mit der mine galamine 2 dass wir dann sonst andersrum zurückkommen konnten vielleicht wird das ja sowas ich weiß es schon ob ich sag's nicht wer weiß so vielleicht ein paar federn weil der brücke ist ja immer es ist ja immer so dass ein paar federn sind das einzige was wir finden ist ein hop michael wenn ich da genug werden will um den einzuholen darf ich nicht davor zurückschrecken und neue sachen auszuprobieren so weiß ich ja schon worauf ich hinaus will wir müssen kämpfen neue sachen ausprobieren kämpfen ich würde nicht sagen das ist was neues wo ein tromburg joo läuft aber wir jetzt natürlich unser starkes treues intel ein also gut dann schauen wir mal wozu mein aktuelles team in der lage ist ich glaube nicht dass das viel mehr kann als vorher aber wenn wir sehen wir sind ja nur zucker 5 level unterschiede aber bei diesem spiel macht das tatsächlich einen unterschied und obwohl es nicht sehr effektiv haben wir bekommen zum einen und es hat sehr viel schaden gemacht oh nein wegezahlen was heißt es zu meinem angriff eben das nenne ich meine selber leistung und das ist nur vor weil ich kann nichts anderes zu tun habe beim nachsprechen ja weiß es wäre langweilig oder vielleicht weiß ich mal wie nicht die musik können da weiß ich gerade nicht ob ich mal unter kurse rein tun soll aber ich nehme prima nur in dem level unterschied ach ja kurse ist ganz gut und prima nur ich hab's schon zu hausend mal gesagt aber der hopf ihm ist nicht so geil aber auch im vergleich viel besser als der normale trainer kamen also es gibt hier viele films im spiel die ganz okay sind aber auch viele die nur das sind die sind die meisten sagen wir so die meisten sind nur ganz okay oh nein was ich bin down oh was ein volltreffer ja moin na das ist mit einem volltreffer gerechnet nein natürlich nicht mensch ey was soll denn das was ist das denn das für ein roh äh hört ihr es auch scheiße ich glaub Mike kommt wieder fack mich oh mein Gott oh mein Gott so sorry für diesen kleinen äh technischen fehler mein Mikro dachte ich gerade ich schließe mich nicht mehr an aber aber es passt alles okay äh ähm ähm ja und das machen wir krimi können wir versuchen mit fee attacken ist ja auch typ fee das vie fe 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 mit bitterkuss hopp du bist so nervig du wirst immer nerviger vor allem weil er neue pokémon hat gut es ist variation aber es ist nervig wenn man dann wieder komplett anders denken muss und vor allem weil er wieder kämpfen will so schnell gefühlt zweimal pro arena dreimal sogar glaube ich okay zum glück habe ich einen volltreffer erzielt und er steckt sich selbst macht es down nein machen nicht konfu strahl ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich mittlerweile einfach nur noch du bist so verdammt nervig du bist bitte stirb einfach ja oh mein god gib mir dein leben ich muss mich viel kurz heilen dankeschön ich soll jetzt verzieh dich er lebt immer noch er lebt immer noch und ist nicht mehr verwirrt oh mein gott das reicht mir jetzt stirbst du ist mir egal du stirbst jetzt einfach hau ab danke so intelligent und kursi level up 1040 sogar nice relaxo ok cool wie du meinst ich hab halt eine relaxo weil ich will ich mal 2x sehen wie das gegen relaxo ankommt hau hat sogar eine giga dynamax form ich hab das erstmal eine galak form aber nein dynamax hat eine giga dynamax form die will ich mir immer noch ansehen so und natürlich sind wir sehr effektiv mit kampf bam 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 beim ersten macht der hyperstrahl damit ich fast down bin warum macht der horter du nervst doch nicht mit deinem kack horter ey boah verreck bam bam das ist ein richtiger tank leute deshalb dauert das ein wenig hier und da hortet weiter und weiter oh ne hör auf zu horten bam bam wir machen immer weniger schaden weil er natürlich hortet und das ist nochmal heute ein oh nein hör auf jungen gleich bist du eine maschine und kannst nicht mehr erwischt werden von meinen attacken ja die gegenschlag macht fast gar nichts weil ich noch volle leben habe gegenschlag macht nur was wenn ich fast tot bin wo ist ein volltreffer hoffen aber eh nicht ja hopp du bist mir einer du bist mir einer ja genau ich war sogar schnell obwohl ich paralysiert bin trotzdem darf ich nicht angreifen war paralysiert jetzt aber verreck er stört mich ne verreck yes ja da geht er da da geht er da da geht er da da geht er da geile mad 3000 gremi und hortini kriegen ein level up libelo was ist denn libelo nochmal ach das ist die letzte entwicklung das ist die letzte entwicklung von hopplo libelo ist aber ein dummer deutscher name finde ich und hellion ist auch kein geiler name was hat er jetzt so p attacke oder was ah feuerball ja ok das macht gar nichts nein nein du arsch was bist du denn für einer jetzt wo ich gerade dabei bin werde ich primano auch noch mal kurz heilen damit es einfach wurde bekommt ja instans natürlich scheiß drauf komm intelion muss jetzt gewinnen präzisionsschuss ich schieß dich ab mit nem headshot kursi level 28 bellig black droht das ist hier dieses wollte ja ne ja ja mir wurde äh max meinte der sieht aus wie einer von äh paw patrol und jetzt sehe ich es auch er sieht wirklich aus wie von paw patrol daumen da um wieder epic ok vor nie fraß was ist denn vor nie fraß ach so was ich weiß es jetzt wieder rein kein problem aber das war vorher pokémon das ist nicht so klug ich sag es dir nur den gewonnen kurse wieder bei 41 in tele 41 kurs über 29 wenn ich selbst einen durchblick habe können meine pokémon natürlich nicht voll drauf drehen weißt du bevor wir unser abenteuer gestartet sind waren wir nie klar wie stark mein bruder wirklich ist immer wenn ich ihn im fernsehen gesehen habe war der und einfach nur dieser strahlende stern für mich aber inzwischen weiß ich genau was eine stärke ausmacht und was mir dazu noch fehlt und zwar die richtigen typen ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein als du aber ich bin schon viel stärker als früher danke dass du nicht gekämpft hast ich war ich mache noch schnell mein team wieder fit dankeschön immerhin ich weiß jetzt was ich wirklich will ich will nicht nur gegen meinen großen bruder kämpfen sondern ich will auch mauern und ich will ihn besiegen ich will deal an den unschlagbaren schlagen du wirst schon sehen sobald ich mir den arena ordnen zur chester geholt habe fordere ich dich wieder raus ok route 7 badaladada oh äh hallo als model bin ich experten darin die vorzüge meiner parma ins raumlicht zu stellen für die city an der b Wie viele Bomben hat sie? Zwei. Komm, Akkornwelle reicht doch nicht schon, oder? Pew, pew, pew. Level-Ups für Svonok und Primano. Hon Weisel? Nur weibliche, äh, nur weibliche, ähm, Wadribis können sich zu Hon Weisel entwickeln. Hon Weisel ist ein sehr gutes Pokémon tatsächlich. Aqua-Durchstoß haben wir nur nicht alle ausprobiert, ne? Boom! Kamerl, ja! Aua! Nochmal! Äh, Fuß runter! Epic! I am good. You are not. Was für eine tolle Demonstration der Vorzüge deiner Pokémon. Du bist ein guter Trainer. Ich weiß. Ich will jemand sein, der von allen bewundert wird, ganz so wie der Champ. Ein Äther, endlich! Das ist für AP. Und so singen wir laut und klar, miss Mary with the Champ. Pip, pip, hurra! Okay. Halt nicht. Hier so ein wildes, 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 yes! Ein! Das sich nur entwickelt, wenn man es mit einem bestimmten Pokémon tauscht, wenn ich weiß, wenn ich dich nicht in Erinnerung habe. Passt natürlich gut zum Spiel, denn es hat ja auch so eine Rüstung an. Passt ja zum Thema Schwertschild. So eine eisernende Rüstung. Und die Weiterentwicklung ist auch sehr gut. Kann man soweit ich weiß, wann man will entwickeln, wenn man das andere Pokémon dafür hat, was man dann braucht. Piu, 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 Piu. Verdammt. Na ja, egal. Ich fange ja die ganzen Pokémon offscreen da immer. Quasi! 30 Fluch! Endlich mal was Gutes! Was? Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. Okay, nee, das ist ein anderes Fluch. Ich meinte eigentlich das Fluch, wo ich mir selber Hälfte K.P. meiner K.P. abnehme, damit das... Das ist so ein Push. Glaube ich. Hm. Hm. Ich lasse es. Bis erste. Aber Level 30! Geil! Entwickeln? Nein, natürlich nicht. Ich lasse es nicht mehr auf. Why? Man kann hier Toxel fangen? Okay, ich bin gerade richtig gebrainfuckt. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das kriegt man nur einmalig bei der einen da. Oh, und ein Kili ist auch noch. Warum muss ich gerade jetzt einen Volltreffer haben? Trainer, hilf mir. Ein Dakti-Pilot hat immer und überall einsatzbereit zu sein. Auch für Pokémon-Kämpfe. Und das ist so ein paar Mautzinger. Das ist nämlich der Name von der Weiterentwicklung. Der Sneak, kein Sklopidikat für Gala Mautzinger. Sondern das heißt dann Mautzinger. Kramor. Kramoritz. Danach wird zu Kramor. Okay. Ackerdurchschluss macht mehr Schaden. Okay. You aren't dead. Because I pointed at you. Aha. Ein Geronimatz sagt mir gerade gar nichts. LOL, das habe ich ja schon seit Schwarz-Weiß nicht mehr gesehen. Ich habe vergessen, dass es Vieh überhaupt gibt. LOL. Jetzt ist es aber weg. Ich habe das Video viel No-Jogs seit Schwarz-Weiß nicht mehr gesehen. Krami-Level 39. Wir gehen alle mittlerweile Richtung 40er-Level zu. Egal, wo bin ich mit meinem Taxidüsel, Einsamkeit und Niederlagen sind meine ständigen Begleiter. Manchmal haben wir Taxi-Piloten leider damit zu kämpfen, dass unser Kramor die Passagiere vergessen und einfach weiter fliegen. Was? Echt? Uff. Ein weiteres Schnu-Hut. Dachte erst mal, es wird ein Tor-Foxel. Nein. Wird's nicht. Nein, nein, nein. Piu, piu, piu. Bam. Es lebt. Ist jetzt Genesung ein? Dein Ernst? Ich versuch's mal zu fangen mit einem Super-Ball. Wenn ich Glück hab, bleibt's drin. Nein. Hier muss es weiter schwächen wahrscheinlich. Aber wie denn? Was? Nein. Das hat so eine starke Attacke drauf. Kann ich's schwächen? Ich versuch's mal. Vielleicht hat's ja auch Robustheit. Hm, schade. Na ja. Macht nichts. Routine-Level 39. Nice. Wir sehen ja, welche Pokémon es hier alles gibt in diesem Bereich. Mautzinger, ich will nicht kämpfen. Bärenbaum. Wollen wir natürlich dran schütteln. Warum sollten wir es nicht wollen? Ah, nur drei. Kommt mehr. Noch mehr. Nein, fünf reicht. Hab kein Bock gegen die Wünsche. Bam, bam, bam. Gut, gut. Was gab's hier? Gab's doch dieses eine Iskala. Flott-Bälle. Ein ungewöhnlicher Ball, der zu Beginn eines Kampfes am wirkungsvollsten ist. Gut für Legis. Sehr empfehlenswert, falls ihr ein Legi-Hang seid. Was immer. Oh, ein Branawatz. Lol, das gibt es hier? Das habe ich zuletzt in... Ich glaube XY gesehen, oder? Naja, was auch immer. Route 8. Hör, warte, was? Oh. Wo waren wir denn gerade? Ich dachte, das ist gleich die Route, wo wir hin müssten. Oh, lol. Oh, lol. Okay, jetzt aber Route 8. Da hinten ist schon das Tor. Let's go! Ich bin hyped. Hypo, Hypo. Was gibt's denn hier so? Ein cooles Pokémon. Aber ich krieg mir das. Wir sind echt viele coole Pokémon. Krass, krass. Oh, es ist ein Labyrinth. Hi. Sanna Konda, die Weitentwicklung von Sanna. Irgendwas. Ja. Doch leider wird sterben. Pew, pew, pew. Es ist gut. Pew, 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 pew. So, Level ab für den Teller und für Level 42 und Kursi Level 31. Geistig. Ich hoffe, das entwickelt sich jetzt im nächsten Mal. Weißt du, jetzt? Nein. Schade. Oh, hi. Wird's kämpfen? Gerne doch. Weiter wegen von Trakti-Balk. Strepoli. Letzte Entwicklung. Ist auch sehr, sehr cool. Wenn ich irgendwann mal schwarz und weiß jetzt playen, das werde ich irgendwann nicht, weil die irgendwann alle Bummer-Spiele ins Bett haben. Weil ich das auf jeden Fall ins Team nehmen. Weil das ist Bummer, ist echt cool. Aua. Ich bin fast down. Das ist nicht nett. Schieß ich jetzt ab. Pew, pew, pew. Dead. Aua. So, einmal kurz heilen. Also, das will man hier rechts neben mir, das will ich auch noch mal kurz fangen. Ist nämlich ein sehr cooles Bummer. Ich habe keine Heiligen-Items gekauft. Ich bin dumm. Äh, mein letzter Superdrank auf Intellion. Das ist klug. Man weiß es nicht. Aber dich will ich fangen. Das Bummer, wenn ich nämlich auch in schwarzem Weiß, let's play, drinne haben. Golbit. Aber mein nächstes Pokémon-Let's Play krieg ich schon mal spoilern. Wie wird Pokémon Silber? Da habt ihr es. Da habe ich euch gespoilert. Pokémon Silber mit meinem nächstes Pokémon-Let's Play. Das kommt dann irgendwann nächstes Jahr. Irgendwann 2020. Aua. Ich habe das überlebt. Schade. Wenn ich nochmal finde, dann versuche ich es zu fangen. Ah. Wenn man vom Teufel spricht, dann, dann. Vielleicht kriegst du sogar Schwert und Schild. Kommt sogar Schwert und Schild. Äh, ja. Fortgehen, ja. Fortgehen, genau. Ähm, der Fortführungen ist ja wie bei Schwarz-Weiß oder Sonne und Mond so. Ich glaub's nicht Aber was ich Worauf ich hoffe, dass die eine Special Edition machen, das fänd ich Echt geil So, Schwertschild Und dann vielleicht Pokémon, äh Rüstung, keine Ahnung Tipps zu Trainer, du kannst was sammeln, indem du Einfach die leuchtenden Pokémon-Nester in deiner Naturzone untersuchst Wenn du das hier liest, heißt das Du bist schon weit gekommen, nur weiter so und durchforsten In der Naturzone nach mehr Nestern, jaja So Und wieder durchforsten in der nächsten Folge Dieses Gebiet, wenn es euch gefallen hat, gerne Positive Werte haben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Nochmal hier, haut rein Ciao Outro